Kinderkannede 2012 in den Tanzhütten Oberbayern in Kreuztal-Fennhof. Dieses Jahr haben wir für euch die Fiona da. Sie ist bekannt aus der Mädchenband Die Lollipops. Sie performt live ihre Songs und wird auch alles live interpretiert. Als Überraschungsgast am Samstag, der 18. Februar, zwischen halb zwei und zwei nachts wird sie schon mal für euch auftreten im Oberbayern. Das volle Programm folgt dann am Sonntag drauf, am 19. Februar. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr wird gegen ca. 16 Uhr der Auftritt von Fiona stattfinden. Weitere Infos über Fiona kriegt ihr im Netz unter fiona-music.com Unter kreuzal-oberbayern.de findet ihr auch alle weiteren Infos. 19. Februar, wir freuen uns auf euch. 1. Februar, wir freuen uns auf euch. G after ran uns auf euch. Wobei wir einsわ drawings auch bei euch. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.